Nur mit einem kurzen Ankündigungsvideo hat Pika Labs die KI-Welt mal wieder auf den Kopf gestellt. Nachdem es eine Beta der Video-KI schon eine Weile auf einem Discord-Server gab, wurde jetzt Pika 1.0 vorgestellt. Bei dem Tool handelt es sich laut eigenen Angaben um ein Idee-zu-Video-Tool. Dieses soll ab sofort über eine Warteliste erreichbar sein. Wer direkt von Anfang an dabei sein will, trägt sich also schnell über den Link in der Beschreibung ein. Mit Runway ML haben wir euch auf dem Kanal ja schon ein KI-Tool für das Erzeugen von Videos aus Text und aus Bildern gezeigt. Vor kurzem hat dann auch Stability AI eine weitere KI im Bereich Bild zu Video vorgestellt. Die funktioniert wirklich gut und die Bewegungen, die dort erzeugt werden, sehen echt natürlich aus. Jetzt scheint es allerdings so, als könne Pika Labs beiden aus dem Nichts den Rang ablaufen, denn die ersten Demo-Videos sind wirklich beeindruckend. Bevor wir jetzt mit dem Video starten, kurz die Frage an euch. Mit den drei genannten Tools haben wir mittlerweile eine relativ gute Auswahl an gut funktionierenden Video-Tools. Wenn euch das interessiert, können wir auch gerne mal ein etwas ausführlicheres Tutorial zu dem Thema erstellen, in dem wir dann vielleicht auch zeigen, wie man die dann doch meist sehr kurzen Clips, die erzeugt werden, kombinieren kann und damit auch ein längeres Video nur mithilfe von KI erstellt. Oder eben einfach auch mehr Tutorials zu den Möglichkeiten der Video-KIs selbst. Lasst es mich einfach in den Kommentaren wissen und wir schauen dann, an das wir euren Wünschen nachkommen. Aber zurück zu Pika 1.0. Hier gibt es direkt alle Möglichkeiten. Aus reinem Text Videos erzeugen, die schon wirklich gut aussehen, Bilder animieren mit genauen Angaben, zum Beispiel vorgegebene Kamerafahrten, was bei vielen anderen Tools immer noch ein bisschen eine Schwachstelle war. Und aus vorgegebenem Videomaterial können wir dann auch Varianten erzeugen. Man muss ehrlicherweise sagen, dass auch Runway ML mit ihrer neuen Motion Brush im Bereich der vorgegebenen Bewegung riesige Fortschritte gemacht hat, sodass also nicht einfach nur gefühlt zufällig der Hintergrund animiert wird, sondern ganz gezielt Objekte bewegt werden können. Über eine Maske, die man auf dem Bild einzeichnet, kann man so ganz genau definieren, wie die Bewegung aussehen soll. Das ist dabei ein sehr intuitives Modell und erfordert wenig Fachwissen über Kamerafahrten oder ähnliches, um gute Ergebnisse zu erzielen. Stable Video gibt es bis jetzt zum Ausprobieren nur mit relativ starren Parametern, sodass die Bewegungen zwar immer recht gut aussahen, man aber kaum flexibel war, was die Art und Weise der Animation angeht. Bei Pika 1.0 können wir über Textanweisungen ganz genau angeben, wie das Video aussehen soll. In dieser Demo sieht man zum Beispiel die Anweisung Dolly Out, also eine Kamerafahrt, die einem herauszoomen gleicht. Und genau das wird dann auch in dem Video umgesetzt. Aber auch die aus reinem Text erzeugten Videos, auf die vermutlich die Formulierung Idee zu Video anspielt, sehen wirklich sehr beeindruckend aus. Es ist vor allem schön zu sehen, wie gut die KI die Anweisungen in Bezug auf Stil umsetzt. Egal, ob das jetzt Gaming, Fotorealistisch oder Anime ist. Man kann viel mit den Stilen experimentieren. Die Video-zu-Video-Funktion ist vielleicht das, was auf den ersten Blick am unspektakulärsten aussieht. Aber auch hier sieht man bereits in der Demo, wie aus einem sehr, sehr einfachen Video, das eigentlich nur die Bewegungen vorgibt, verschiedenste Varianten erstellt werden können. Einfach durch Anweisungen in Textform. Hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Anwendungsmöglichkeiten, um mit einfachen Bewegungsskizzen gezielt Videos zu erstellen. Schon diese drei Funktionen sind super spannend und die Ergebnisse sehen wirklich cool aus. Wir sind gespannt, wie unsere ersten eigenen Tests damit ausfallen werden. Aber damit ist bei Pika 1.0 immer noch nicht Schluss. Denn das KI-Tool bietet neben der reinen Erstellung der Videos auch Möglichkeiten zur Bearbeitung mit KI. Zunächst haben wir die von Bild-KIs relativ bekannte Outpainting-Funktion. Das bedeutet einfach nur, dass wir den Frame unseres Videos erweitern können. Dabei wird einfach ein neues Format ausgewählt und die entstehenden freien Flächen werden von der künstlichen Intelligenz einfach mit neu generiertem Videomaterial befüllt. Das ist wirklich extrem praktisch, wenn man ein Video in einem anderen Format benötigt und nicht die leeren Balken am Bildrand haben möchte. Noch beeindruckender ist aber vermutlich die Austausch- oder Ändern-Funktion. Dabei kann man einfach einen Ausschnitt im Video markieren und bestimmte Objekte ersetzen oder neu hinzufügen. Das können dabei Kleidungsstücke sein, die gewechselt werden oder ganz neue Dinge, die zum Beispiel in das Video eingefügt werden sollen. Auch hier sind wir wirklich extrem gespannt, wie gut oder schlecht das am Ende in der Praxis aussehen wird. Die Beta von Pika war bis jetzt immer kostenlos. Ob das jetzt bei der veröffentlichten Vollversion so bleiben wird, können wir Stand jetzt noch nicht beantworten. Es ist aber wahrscheinlich, dass es mindestens eine kostenlose Option mit beschränkten Credits geben wird, da das auch bei der Konkurrenz so gehandhabt wird. Außerdem hat Pika Labs auch gerade nochmal ordentlich Investments eingefahren und könnte eventuell sogar mehr springen lassen. Wir lassen uns mal überraschen. Fest steht, die Entwicklung geht auch im Bereich Video und künstliche Intelligenz rasend schnell. Das hat auch André Carpati, einer der wichtigsten Persönlichkeiten im Bereich KI, in seiner Antwort zur Ankündigung von Pika Labs anerkannt. Wenn man die mit KI erzeugten Bilder von vor einem Jahr mit dem aktuellen Stand vergleicht, dann kann man sich kaum vorstellen, wie schon nächstes Jahr vielleicht auch die Videos aussehen werden. Wie am Anfang gesagt, wenn ihr mehr zu Video-KIs sehen wollt, dann schreibt es uns unbedingt in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich wie immer über ein Like für das Video, Abos für unseren Kanal und einen netten Kommentar. Mein Name ist Timothy Meixner und wir sehen uns im nächsten Video.